Opharim-Prozess Hotelmanager fühlte sich von pöbelndem Musiker bedroht Leipzig, antisemitische Diskriminierung, glatte Lügengeschichte oder alles nur ein Missverständnis Zum Prozessauftakt gegen den jüdischen Musiker Gil Opharim, 41, wegen Verleumdung und Beleidigung eines Leipziger Hotelmitarbeiters haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Dienstag ihre Sichtweisen erstmals öffentlich dargelegt Der Künstler selbst äußerte sich bislang nicht Flankiert von zwei seiner drei Anwälte lief Opharim am Morgen zum Gerichtsgebäude Einer der Juristen trug ein Basecup mit der bunten Aufschrift Zirkus Offenbar eine Anspielung auf den Medienzirkus, der sich vor und im Gericht abspielte Die ersten Reporter hatten sich bereits kurz nach 5 Uhr morgens vor dem Gerichtsgebäude angestellt, um einen der raren Zuschauerplätze zu ergattern Aus Sicherheitsgründen war der Zuschauerraum verkleinert worden, um mehr Abstand zur Anklagebank herzustellen An zwei Eingangsschleusen wurden Ausweis- und Taschenkontrollen durchgeführt Überall im Haus waren Sicherheitskräfte postiert In seiner linken Hand hielt Opharim einen Funksender offenbar die direkte Verbindung zu Personenschützern, die sich im Hintergrund hielten Gegen 9 Uhr betrat der Sänger den Gerichtssaal sein erster öffentlicher Auftritt seit Monaten Wie in seinem justiziablen Instagram-Video, das er am 4. Oktober 2021 vorm Leipziger Westin Hotel aufnahm, trug Opharim eine amerikanische Highway Patrol-Lederjacke Über dem grauen T-Shirt blitzte seine Kette mit David Stern Ob sie auch damals im Hotel zu sehen war, ist eine der Hauptfragen im Prozess Anklage, Opharim drohte dem Hotelpersonal Das minutenlange Blitzlichtgewitter ertrug der Sohn des israelischen Musikers Abi Opharim, 1937 bis 2018, mit Fassung おお die Untertitelung des ZDF, 2020